Wir gründen unsere eigene Partei. Okay, wenn es konkret dazu kommt, sagst du ja Bescheid. Dann werden wir das Problem beseitigen. Der hat auch richtig komische Pläne, der will jetzt die Investitionen weltweit auf Null setzen, aber das geht gar nicht. Das ist aber echt nicht gut. Denkst du, er könnte erfolgreich sein? Ich weiß nicht. Irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen. Aber er würde damit nicht nur die Zivilisation zusammenbrechen lassen, sondern auch Leben verlieren. Ja, das stimmt. Vielleicht solltest du es nicht einfach den Menschen belassen, die durch die falsche Werbung so gesundheitlich denken können, also in der Sache, und einfach selber in die Hand nehmen. Ja, das ist gut. Sammle doch Beweise, die beweisen, dass sie falsch werben und die Welt zerstören wollen. Dann werden die nicht zugelassen. Das könnte ich machen. Aber vielleicht könnte ich noch irgendwie überzeugen, dass er das halt nicht so radikal macht, weil irgendwie hat er ja schon recht. Wenn wir was weitermachen, dann machen wir die Erde praktisch kaputt. Das ist nicht so gut. Hm, naja, ich weiß nicht. Bist du dem Fermi-Paradoxon vertraut? Ja? Oh ja. Vielleicht soll es so sein, dass wir auch sterben. Vielleicht ist das eine reelle des Universums. Ja, das ist nicht das Wort, auf mich hinaus wollte. Ahmad auszögen. Na egal, ich finde es mal doch irgendwie Sinn. Ich muss noch ein bisschen genauer darüber nachdenken. Ich empfehle schleunigste Verwesung. Damit wenigstens die Tiere überleben. Ich empfehle schleunigste Verwesung. Ich empfehle schleunigste Verwesung. Hast du gehört? Ja, danke. Hey, Nummer 4. Deine KI hat eine Lösung gefunden. Schleunigste Verwesung. Okay, bis gleich. Die KI empfangen schleunigste Verwesung. Damit wenigstens die Tiere überleben. Okay, dann machen wir es doch mit, Patrick Steffen. Naja, ich würde es mehr bringen, die zu nehmen, die die Umwelt vielleicht verschmutzen. Also Ober- und Mittelschicht. Aha, aber die Unterschicht, meinst du auch Fettdreck? Habt ihr dazu irgendwelche Quellen überschätzt? Jetzt kann ich einfach mal so nur geraten. Hm. Aber die KI hat chronigste Verwesung empfohlen. Ja, nicht nur ein paar, sondern alle, oder? Ja, da hast du recht. Aber wir können ja einfach alle Menschen umbringen. Das geht auch anders, sag ich dir. Okay, dann sind wir heute fertig. Tschüss. Tschüss. Nicht deutlicher? Was ist denn bei dir los? Ich glaube, du solltest mal zum Arzt und sein Dreckst Gehör checken lassen. Nee, nee. Das ist alles super. Wann hast du denn den letzten... Was? Haha, ich glaube, du solltest das echt mal checken lassen. Das ist ja schlimm. Nein, das hat nichts damit zu tun. Du sprichst einfach nur vielleicht undeutlich. Nein, nein! Ich spreche sau deutlich. Ja, das war sau deutlich. Aber das eben nicht. Nein, da würde ich ja nicht zustimmen. Ja, ich aber. Also, kommen wir nur zum Anfang zurück. Wie wäre es, wenn wir... Hm, aha. Du hast mich nicht verstanden, oder? Nein. Hm. Ja, das ist nicht so nice. Ja, da hast du recht. Kannst du mich bitte noch einmal wiederholen, aber diesmal langsam und deutlich? Kann ich. Ja, dann hau raus. Ich... Haaabe... Vielleicht ein bisschen schneller? Ich habe mir gedacht, wir könnten... Hm, hm, hm. Alter, ich raste aus! Warum? Keine gute Idee? Ich verstehe immer noch nichts. Also, ich glaube, du prangst mich. Nein, du riechst auch nur scheiße undeutlich. Also, da würde ich nicht zustimmen. Hörst du nicht? Würde ich nicht. Okay. Kommst du gleich mit Pizza essen? Mit Kacken? Nee, danke fürs Angebot. Aber da habe ich gar nicht so viel Bock drauf. Was? Ich habe nicht gefragt, ob du gleich mit Pizza essen kommst. Oh, lol. Zu welchem Laden? Du kannst doch alleine gehen, wenn ich eine Plage für dich bin. Was? Ich habe gefragt, zu welchem Laden? Oh, lol. Gibt es denn da auch noch eine Antwort? Nee, nee. Rufen wir uns nicht so geil. Aber was hat das mit Pizza zu tun? Mann, du bist du komplett Kernbiener, die Nebtias. Nee, du bist Nebtias. Nee, ich bin Jonas. Ich bin ja bei Jonas. Ach ja, lol. Wir sind gleich Person, habe ich gerade vergessen. Ach ja, stimmt, lol. Da hast du recht. Also, wollen wir losgehen? Nee, lass uns lieber losgehen. Die haben zwar noch keine Pläne, den Klingeln nochmal rückgängig zu machen, aber ich glaube, das geht nicht nur alleine. Die haben jetzt eine KI konsultiert und die hat schleunigste Verwesung empfohlen. Was? Wollen die jetzt alle Menschen und Tiere umbringen, oder was? Ja, die haben sich überlegt, welche Menschengruppe die am besten auslöschen wollen, aber die sind sich nicht einig geworden. Ich glaube, Tiere wollen die überlassen. Aha. Aber die werden wahrscheinlich nicht genug gewählt. Also geht von ihnen keine Gefahr aus. Äh, ja. Okay, wir treffen uns wieder, wenn die Wahl war. Alles klar. So, ich habe mich dazu entschieden, dich aufzuhalten. Klick. Hallöle? Ja, moin. Danke für die Weise. Haben Sie zufällig den Standort der Parteizentrale? Ja. Okay, nice. Danke. Soll ich Ihnen nichts sagen? Oh, äh, ja. Da, wo ich wohne. Okay, danke. Aha. Ja. Das ist illegal. Wir werden verboten. Das sind sowieso ziemlich Leute, Leute. Guck mal, was ich gefunden habe. Wir sind illegal. Wir können keine Partei machen. Aber wir lassen nicht locker, oder? Nee. Was soll man denn machen? Na ja, wir können die Empfehlung der KI durchsetzen, oder? Also das wäre aber illegal. Ja, ist egal. Wenn wir nichts machen, sterben alle Lebewesen aus. Und wenn wir es machen, dann halt nur wir, oder wenn wir es schaffen, alle Menschen. Das ist besser. Da hast du recht. Vorher in Zahlen ist es besser. Aber es gibt bestimmt auch noch eine bessere Möglichkeit. Das ist alles zu riskant. Wir müssen handeln. Nee. Ist es denn wirklich schon so weit? Wir können dann mit euch anfangen. Das meint ihr doch nicht ernst. Doch. Und bitte nämlich nicht ernst. Jetzt geht's los. Aber ich glaube, das schaffe ich so nicht in der ganzen Weltbevölkerung. Ich schaffe mir ein paar Atombomben. Vielleicht geht's mit dem Expressversand. Ist alles okay bei euch? Ist alles super. Aber ich glaube, wir hatten jemanden, der die Verteidigung wollte in der Partei. Und dann hast du die einfach getötet? Ja. Okay. Äh. Äh. Ich, äh. Ja. Ja. Äh. Warum ist der Punkt, ey? Ich war es. Was? Ich habe euch gemeldet. Was? Warum tust du so was? Ich wollte nicht. Ich habe gehört, was ihr machen wolltet. Und das kann auch nicht die Lösung sein. Jetzt ist es noch schlimmer. Bist du sicher, dass es nicht schlimmer ist? Ja. Okay, nice. Äh, ja. Aber es muss immer noch einen Maurof gegeben haben. Also war es gerechtfertigt, die ganzen Leute zu töten. Nee. Wie ich schon gesagt habe, kann man es euch auch vor der Tür hören. Mhm. Ja. Ja, dann war es nicht nur die Tüte zu töten? Nee. Und es war dein Verdienst. Ja. Hm. Okay. Und wann willst du durch den Dreck-Step? Hm, was ist denn da los? Ich glaube, ich gehe mal hin. Hey, ist alles gut bei euch? Oder seid ihr gerade nicht da? Wir sind nicht da. Scheiße. Okay, gut. Scheiße, was mache ich jetzt? Oh, ich weiß was. So, Polin gelöst. Ich glaube, ich hole ihn lieber rein. Warum geht da keiner ran? Telefon? Was ist da los? Der Empfänger dieses Anrufs kann nicht erreicht werden, da er tot ist. Was? Nein. Nein. Buchen. Tickets nach Afghanistan. Weiser Mann, ich komme. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Soll ich auflegen? Nee, Moment. In welcher Stadt wohnst du nochmal? Kabul. Ah, in der Hauptstadt. Nee. Ist ja nicht die Hauptstadt? Doch, aber da wohne ich nicht. Ich wohne in Kandahar. Okay, sicher? Nee. Okay, ich komme nochmal nach Afghanistan, dann gucken wir weiter, okay? Alles klar, aber bist du sicher, dass du das soweit schaffst? Ja, denke schon. Aha. Dann solltest du direkt einen Weltrekordversuch starten. Also die Leute da anschreiben, weil die brauchen immer ein bisschen. Ich dachte nicht, dass das ein Weltrekord ist, 4870,1 Kilometer zu reisen. Ich dachte, du wolltest... Ja, okay, nee, okay, alles ist gut. Mach das nicht. Treffen wir uns morgen. 8 Uhr, Sportplatz. Aha, machst du schon wieder Werbung? Ja, tut mir leid, ich habe gerade so schön gepasst, sage ich dir. Aha, machst du schon wieder Werbung? Ja, tut mir leid, ich habe gerade so schön gepasst, sage ich dir. Gut, danke, dass du mir das sagst. Nichts zu denken. Danke. Vielen Dank. Bitte. Mitte? Wovon? Ich habe gesagt, bitte. Ach so. Ja, ich bin alt. Da sind die Ohren nicht mehr so gut. Okay, sorry, dann treffen wir uns morgen. Hallo, bist du schon losgeflogen? Ja, gerade eben, warum? Wozu kommst du eigentlich? Wir können doch einfach über FaceTime reden. Da musst du nicht extra hier hinfliegen. Ja, stimmt, da hast du mal wieder recht. Gleich am besten hier. Landung war ein bisschen heupriger, sonst okay. Also im grünen Bereich. Das ist schön. Ja, also ich erzähle dir jetzt was und ich möchte, dass du dir das merkst. Okay. Du bist ja bereits mit dem Klima vertraut, nicht wahr? Hallo? Hallo, Polizei? Gehst du hier neun? Sehr. Mama? BND? Ich habe Beweise für bevorstehende Terroranschläge. Der Typ, wer die gesamte Menschheit auslöschen will. Okay, haben Sie ein Datum für den Anschlag Ihrer Drogen festgelegt? Nein, ich weiß nicht. Moment. Drogen? Ja, genau. Da brauchte ich jetzt noch idealerweise ein Datum und ein Ort. Wenn Sie wollen, nehme ich auch direkt die dahinterstehende Organisation auf. Aber das wollen die meisten das wieder selber machen. Nein, ich will keine Drogen. Ich will Sie warnen. Was? Warnen? Nein, hören Sie doch mal zu, sonst komme ich gleich vorbei. Also, ich will Sie warnen. Okay, also als Online-Gabe schreiben wir mal ganz kurz Polizeiwache hier auf, ja? Nein, nein! Was? Was soll ich jetzt mal ändern? Das ist keine Drohung. Ich habe Grund zu der Annahme, dass eine Person versuchen möchte, die Menschheit auszurotten. Mit mehreren Terroranschlägen. Ach so, keine Drohung, sondern verlangt auf Terrorismus? Genau. Okay, welche Beweise haben Sie denn? Ich kann Ihnen die Adresse dieser Person geben. Ich glaube, er hat dort mehrere Menschen umgebracht. Okay, dann schicken wir die Spezialhandel hin. Aber bevor Sie mir die Adresse der Person geben, bräuchte ich noch ganz kurz Ihren Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kontinummer und die Sozialfassungsnummer. Okay, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Das waren einfach nur ein paar Zahlen. Oh ja, tut mir leid. Mein Name ist Ineptias. Jonas, Ineptias. Okay, danke. Das reicht. Ich kenne Sie. Stimme passt. Können Sie mir bitte ein Autogramm schicken? Äh, okay. Okay, nice. Dann sag mir jetzt eine Adresse und wir schicken eine Spezialhandel hin. Ich muss dich aber auch darüber informieren, dass wenn das falsch ist, dann kommen die zu dir und das kostet auch ziemlich viel Geld. Okay. Okay, also bist du sicher, dass die Angaben richtig sind? Ja, ziemlich. Okay, dann hau raus.